Das Jubiläum. Drei nach neun und Giovanni Di Lorenzo seit 25 Jahren. Das muss Liebe sein. Sie gehören zu den ganz wenigen Frauen, die ich in meinem Leben heiraten wollte. Wann sind Sie denn geboren? Was macht ihn so einzigartig und was steckt hinter der Lorenzo-Strategie? Ich hätte Ihnen eigentlich eine super Frage gestellt und die habe ich jetzt vergessen. Drei nach neun ehrt Giovanni Di Lorenzo. Heute um 22 Uhr hier im Dritten. Das wird ja schöner Abend. Das wird ja schöner Abend.